Es scheint eine ganz normale Nacht, als unser Auto in diesen Tanklaster reinkracht Der Aufprall ist spürbar hart, genau wie der Gedanke, dass mich in einer Sekunde dieser Laster von der Tanke In Einzelteile zerfetzt und ich im Krankenhaus lande, wenn die dort überhaupt noch dazu imstande Sind mich zu flicken, das können die wohl knicken, so wie ich jemals wieder Tageslicht zu erblicken Ich fliege durch die Scheibe und fühl mich schwerelos, den Himmel hinauf, bis ich durch die Atmosphäre stoß Höre Stimmen, die für mich wie Engelsgesang klingen, sie sprechen keine Sprache, doch ich versteh, was sie singen Du gehörst hier nicht her und deine sonderbare Macht schickt mich zurück, denn heute ist ne besondere Nacht Ich werde wach und frage mich, wer alles nur geträumt werden, verdorbene Milch in mir aufschäumt Es ist der Angriff der lebenden Toten, wir stapeln eure Köpfe zu nem lebenden Toten Ihr könnt euch verstecken und versuchen zu fliehen, doch ihr werdet verrecken, denn heute ist Halloween Es ist der Angriff der lebenden Toten, wir stapeln eure Köpfe zu nem lebenden Toten Ihr könnt euch verstecken und versuchen zu fliehen, doch ihr werdet verrecken, denn heute ist Halloween Sie schrie, nachdem ich ihr den Kopf abgerissen hab Doch ich ließ sie liegen, denn ich war nach einem Bissen satt Ich hatte keine Wahl, denn sie war einer von ihnen Die das Geschenk des Lebens einfach nicht verdienen Und ich frag mich, warum ist die Welt kaputt? Selbst wenn sie untergeht, wird weiter Geld gedruckt Ich will an diesem abgefuckten Zustand was verändern Also ziehen wir um die Welt, um das Blutbad zu vollenden In jeder Stadt, jedem Dorf, überall Ganz egal wer es ist, der wird sofort überfallen Wer soll sie denn erhören? Eure zarten Gebete Wir werden sie zerstören per Gartengeräte Am Ende ist, wie versprochen, keiner mehr da Bis auf die letzten Knochen wurden alle zermalcht Die Erde ist befreit, doch was machen wir nun? Wir haben ewig Zeit, doch leider nichts mehr zu tun Es ist der Angriff der lebenden Toten Wir schnappeln eure Köpfe zu dem lebenden Toten Ihr könnt euch verstecken und versuchen zu fliehen Doch ihr werdet verringen, denn heute ist Halloween Das ist der Angriff der lebenden Toten Wir stapeln eure Köpfe zu dem lebenden Toten Ihr könnt euch verstecken und versuchen zu fliehen Doch ihr werdet verringen, denn heute ist Halloween Die Melodie Die Melodie Die Melodie Untertitelung des ZDF, 2020